Hinter den Kulissen von Horst TV Bei den Filmaufnahmen zum großen Porsche-Treffen des Porsche-Clubs Schwalm-Eder anlässlich des 25-jährigen Bestehens, habe ich unter anderem auch zwei Bayern interviewt. Das war nicht so ganz einfach. Wir sind wieder hier und wo sind wir denn überhaupt? In Homberg, in Homberg FC beim Porsche-Treffen. Porsche-Club Schwalm-Eder feiert 25-jähriges Jubiläum, Schwalm-Eder. Wir könnten nochmal anfangen und das ein bisschen lauter spricht. Ja, da sind ja die Hintergrundgeräufe. Nein, das ist alles gut. Das muss jetzt in den Kasten, weil sonst gibt es da keinen. Das kommt nur noch mal näher ran. Immer näher. Also jetzt nochmal. Kamera läuft, Action! Laut! Jawohl! Du darfst dich nicht erschrecken. Du darfst dich nicht erschrecken. Ja. Wenn ich extra sage, dann musst du auf den Punkt kommen. Ja, aber er schneit das raus. Ja, ja. Wir sind jetzt hier beim Porsche-Treffen mit eurem 9-12er-Club. Neu Porsche 9-12-Club. Ur-12. Ur-12 heißt es. Genau. Ja. Jetzt sind wir jetzt zu viert mit diesen Porschen. Und in Homberg. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein in Homberg. Aber ich glaube, das Wetter wird noch. Warten wir mal ab am Nachmittag reißen es auf, wenn Walter kommt. Ihr Bayern seid doch sonst immer optimistisch. Immer. Bei uns wäre das Wetter besser. Ja, genau. Und ein bisschen bergiger. Und möchtest du vielleicht noch die Porsche-Freunde dieser Welt grüßen? Alle. Alle miteinander. Sag es nochmal im ganzen Satz fern. Ich grüße die Porsche-Freunde 9-12-Club. Ur-12. Ur-12. Ja. Das ist gut. Und jetzt im ganzen Satz. Ja.